Ja mit P-06, alles klar. Geil ist das P-06-Visier. Kannst du sogar durch die Wand anvisieren. Freu dich, Alter. Ich hab ja hier überhaupt keine Waffen. Ja wahrscheinlich, Alter. Ich mach ja hier nur mit dem Hintenmarker mit der Knifter. Der Knister? Knifter. Knister, Knister, Saffel, nimm es dir. Geil, war echt scheiße. Gebe ich Ihnen zu. Er hat Timelack hoch 2 Millionen. Junge, dieses Sprinken so rum, Alter. Verständet ist ohne, nähert sich. Ich muss hier ja nur nachhören. Denk dir mal daran, das eventuell zu teilen, ob ich das für heute Abend live gehe. Möglicherweise. Reu. Oh, ist das Reu dich mit dem Springer. Ich sehe ihn ja noch nicht mal. Ja, er gibt mir instanten Burst. Lägerlich. Achtung, feindliche Vorräte von oben. Oh, jetzt endlich Locus, Alter. Nice. Ausgeschaltet. Feindliche Drohne gesichtet. Unterhalteinheit erledigt. Die ist nicht eklig. Flammeneinheit liquidiert. Drei gegen einen. Hehehe. Der eine. Easy. Oder eine. Ähm, wir hätten eventuell ne... ne Scrim, aber die wollen 6 gegen 6. Wer? Ähm... Und zwar ist das... ... 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 Junge es schluckt einfach so viel die seine wick design spaß 523 die sporen hinter mir was du das hier ein und ja wems gefällt er kann natürlich immer mal abo da lassen aber wir auf jeden fall ist ein richtiger ich krieg drei schüsse razorback bin in meinen fuß machen alles klar erst mal dabei Maschine erledigt Reeper ausgeschaltet Drohne erwartet Befehle In Position EGR eingesetzt Die Sonsoren erfassen das Ziel Die mächtigen Tinker hier Die Brille richten Sieht man hier nicht Easy Geist Geist rausgehauen Easy Boah ich spiele ohne Bünderer Klasse Schlauber Geist repariert getarnt Weiter vorrücken Der Sieg gehört uns Oh shit Alles klar Habe ich zu lange gezielt Mein Geist ist verliert gerade Übel Nein Ich hatte keine Mut Ja ok 32 Ach der letzte Tod war unnötig Damit hätten sie rechnen müssen Aber ein paar Szenen davon waren echt nice Gucken wir uns noch den letzten Kill an Es tut mir leid wenn ich am Ende nicht mehr so viel gesagt habe Ja da unten sterbe ich noch Schade mir ist die Munition ausgegangen Sonst wäre ich nicht so reingeprashed Kommando Rebs Unterstützung So jetzt noch gleich mein Lieblings Geist und dann würde ich das wieder da Also Leute wenn es euch gefallen hat lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und bis dann Ciao